Hi Leute! Heute geht es um einen Punkt, den fast alle Vernachlässigen, den ich selber noch gar nicht kannte, wo ich meine Ernährung umgestellt habe. Und welcher das ist, erfährst du gleich. Und zwar, dieser eine Punkt, den ich am Anfang überhaupt nicht hatte, zum Beispiel war es bei mir so, ich habe mit 15 auf vegetarisch umgestellt, meine Ernährung, dann auf vegan mit 19. Und das war für mich erst mal ethisch bedingt, weil ich einfach keine Tiere mehr essen wollte. Und dann habe ich aber gemerkt, was das Ganze gesundheitlich für mich gemacht hat. Und wo ich dann später, ja, dann ging es halt immer mehr in Richtung Vollwertkost. Das war so dieser Prozess eben die letzten 14 Jahre. Und ja, die letzten 5 Jahre eigentlich komplett Rohkost. Und wo ich auf Rohkost umgestellt habe, war das für mich trotzdem, obwohl ich halt diese, ja, vorher 7, 8 Jahre oder was, vegetarisch, vegan hatte, wo der Körper schon, ja, in einen gewissen besseren Gesundheitszustand gekommen ist, war es bei mir trotzdem am Anfang so, dass dieser Entgiftungs- und Reinigungsprozess, auch das, was halt psychisch und emotional damit einhergeht, dass das am Anfang die ersten 2, 3 Jahre sogar eine extreme Achterbahnfahrt war, wo wirklich ich durch Himmel und Hölle bin, sag ich mal in Anführungszeichen, von, ja, Himmel hoch jauchzend gut fühlen, zu absolut schlecht fühlen, ja, alles mit dabei. Und dementsprechend, ich war da auch sehr mitgenommen von diesem ganzen Prozess. Und mir war noch nicht richtig klar, was da eigentlich passiert. Und mir wurde das erst eben über die letzten Jahre richtig klar. Und ich habe vor allem in den letzten Jahren nochmal vermehrt, also ich hatte immer schon Atemübungen mit eingebaut, ja, Achtsamkeitsübungen, Meditation praktisch, wo man da wirklich einfach ein anderes Bewusstsein aufbaut auch. Aber gerade in den letzten 2, 3 Jahren habe ich da halt nochmal vermehrt, auch mehr Yoga und so weiter. Einfach, ja, Körperübungen eben täglich und Atemübungen. Und habe halt gemerkt, wie sich im Grunde erst diese Stabilität gerade in den letzten 2, 3 Jahren bei mir viel mehr aufgebaut hat, so dass ich da viel mehr in dieser Beobachterrolle reingekommen bin, wo man, ja, das Ganze eher von oben sieht. Ich finde den Vergleich immer ganz schön wie bei einem Stau. Stell dir vor, du sitzt jetzt vor der Ampel und siehst überhaupt nicht alles steht, einfach komplett, du weißt gar nicht wann, wie es weitergeht, du bist da völlig mitgenommen, möchtest endlich nach Hause, hast den ganzen Tag gearbeitet. Und jetzt stell dir mal vor, du bist so im Flughafen, das ist nachts, und dann gehst du so in den Flieger und dann siehst du so von oben die Lichter so blinken und siehst diesen Stau und du kannst das Ganze, ja, viel mehr genießen. Du schaust es einfach, ja, viel mehr aus dieser Beobachterrolle an, kannst viel besser reagieren, bist viel mehr ausgeglichen emotional. Du hast die Stabilität, auch wenn solche emotionalen Themen zum Beispiel hochkommen, die dann oft auch in diesem Prozess mit einhergehen. Bist du viel ausgeglichener, lässt das Ganze nicht am Umfeld aus, du kannst dir deine Rückzugsorte schaffen, deinen Raum. Du bist selber eben einfach viel ausgeglichen, das heißt auch wenn irgendwie mal mehr Belastung arbeitstechnisch im Alltag einfach so, Umzug oder sonst was da ist, dass du da einfach viel mehr Stabilität hast und diese ganzen äußeren Dinge dich nicht mehr so aus der Reihe bringen. Und diesen Punkt, erst die Stabilität aufzubauen, den habe ich halt völlig vernachlässigt, beziehungsweise bin da halt viel zu schnell reingesprungen. Und ich sage es immer wieder, aber ja, dieses Ausmaß von diesem ganzen Prozess, der vom Bewusstsein her damit auch einhergeht, wenn man die Ernährung umstellt, so, weil das ist eigentlich das Ganze, deswegen macht man es ja auch, dass man mehr, ja, Lebensfreude, mehr Freude, mehr, ja, mehr Glück aufbaut in seinem Leben. Da ist die Ernährung ja einfach nur mit zum Zweck. Und dementsprechend würde ich jetzt immer hingehen, und das ist auch das, was ich zum Beispiel jetzt immer in der Zusammenarbeit mache, erst diese Stabilität aufzubauen, erst sich eine Klarheit zu schaffen, das Leben natürlich ein bisschen auszusortieren, aber halt auch diese Stabilität innerlich zu schaffen mit Atemübungen, Körperübungen, die man regelmäßig macht. Und dadurch ist man halt wirklich auf einer, man baut sich immer mehr, ja, stufenweise so einen Prozess auf, wo man halt dann auch stabil ist. Weil ansonsten ist es häufig so, es ist wie wenn du auf deinem Grundstück bist und dann ist da die Mauer zum Nachbarsgrundstück und du springst auf einem Trampolin und dann hüpfst du jedes Mal, wenn du hochhüpfst, schaust du so über die Mauer und siehst irgendwie so das Paradies. Und dann fällst du aber wieder runter und dann fragst du dich, ist da irgendwie überhaupt das Paradies gewesen? Ist das irgendwie alles überhaupt richtig gewesen, wie ich das gemacht habe? Und dementsprechend sehe ich halt auch viele Menschen, die erst Ernährung umstellen, aber dann, selbst nach ein, zwei Jahren, und das ist halt ein wirklich längerer Prozess, der halt dann auch weitergeht über fünf bis zehn Jahre, wo man wirklich stärker auch am Entgiften ist und der Körper sich wieder wirklich in Gleichgewicht bringt und diese ganzen Disbalancen verschwinden. Und über tägliche Körperübungen, Atemübungen baut man sich halt einfach eine Stabilität auf, wo man sich wirklich eine Stufe baut, wo man auch auf dem Plateau ist und dann wirklich auch immer höher kommt, wo man einfach sieht, okay, und man fällt da nicht mehr runter und man hat nicht dieses Auf und Ab. Und das ist halt der wichtige Punkt. Ich würde immer zuerst die Stabilität aufbauen. Die Stabilität aufbauen und dann lieber Schritt für Schritt neue Lieblingsgerichte integrieren und da gezielt Schritt für Schritt einfach umzustellen. Ja, das wollte ich unbedingt mal loswerden. Ich hoffe, es hilft dir oder dem einen oder anderen und wenn du denkst, es hilft noch anderen, dann, wie gesagt, teile das Video auch immer gerne. Abonnier den Kanal, like das Video und ansonsten sehen wir uns bald wieder und ich wünsche dir erstmal noch einen schönen Tag und mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.